Wir sind ansteckender als Tuberkulose. Bam! Willkommen zu AppPlay, heute mit PlugInk und wir hoffen, dass dir PlugInk gefällt. Mit dabei heute Benni von Couchhelden. Wir kriegen schöne Benachrichtigungen und sagen nein, heute leider nein. Ja, wir probieren heute mal die ganze Welt auszurotten. Wir haben uns das Ding noch nicht wirklich angeguckt, aber anscheinend... Aber es soll geil sein, total überhypter App-Shit. Und da geht es auch schon los. Bakterie, Virus, Pilz. Wir müssen uns für eines dafür entscheiden. Also wir machen uns irgendwie eine Sache, womit wir die ganze Welt ausröten können, weil wir so total bösartig drauf sind. Böse Jungs. Also wenn wir uns anschauen, dann wechseln wir auch gleich die Straßenseite. So, jetzt ist aber die Frage. Also Bakterie finde ich scheiße, Pilz... Virus. Virus ist immer gut. Einfach normal, brutal, weil was ist der Sinn der Sache? Zwanghaftes Händewaschen, Ärzte sind immer im Einsatz. Kranke werden eingesperrt, bei brutal. Kranke werden eingesperrt, ist schon mal nicht schlecht. Aber da steht, das ist für Strategie-Genies und sind für Strategie-Genies. Achso, ach, das ist... Schwierigkeit steht da extra drüber. Na gut, dann fangen wir... machen wir normal? Für... Ja, ich weiß nicht. Nachher ist das schon einfach zu schwer für... normal ist das schwer für uns, ne? Na okay, dann legen... machen wir Neulinge. Wir sind Neulinge im... Aber es ist zu langweilig. Ich würde eigentlich schon sagen... Okay, dann machen wir normal. So, wir nennen deine Seuche. Wie nennen wir denn die Seuche? YouTube? Ne, diese Öl ist ne Seuche. Was machen wir denn da? Schmerzler. Wir brauchen irgend so'n Böses, irgendwas Böses. Irgendwas Böses brauchen wir. Groß? Nur weil er Türke ist. Die Y-Play-Seuche. Die Y-Play-Seuche. Ah, ist doch nicht böse. Eigentlich ist YouTube gar nicht schlecht, ne? Dann nehmen wir YouTube. YouTube muss die ganze Welt... ...erreichen, verseuchen und die Folge ist zwanghaftes Händewaschen. Alles klar. So, dann ist unser... Oha. Gen-Code modifizieren, jetzt wird's aber echt kompliziert. Was bewegen wir dann jetzt? Verändere deine Seuche, indem du ihren genetischen Code modifizierst. Wähle, wo du ein Gen einsetzen möchtest. Ne, Gene entdeckt 83. Was ist das jetzt? Reis-Gene. Ne, Reise-Gene, nicht Reis. Reis-Gene gibt's nur in Asien. So, diese Gene stärken deine Seuche, wenn sie sich ausbreitet. Ja, wunderbar, das ist wichtig. Land-Bonus. Dann können wir besser Wasser-Heimvorteil. Behört die Ansteckungskraft an deinem Startland? Ja, wir müssen ja gucken. Wollen wir ein Land ausrotten oder die ganze Welt? Na, der Sinn ist die ganze Welt. Ja, aber vielleicht konzentrieren wir uns einfach auf ein Land. Aber wenn die... Ein Land ist nicht die ganze Welt, außer vielleicht China oder Russland. Ja, wir spielen heute ja auch nur 10 Minuten so App-Play-mäßig. Okay, okay, dann machen wir... Dann können wir nicht die ganze Welt ausbreiten. Wir haben ja mehrere Möglichkeiten. So, jetzt nehmen wir erstmal den Heimvorteil, okay? Ja. So, jetzt fangen wir eigentlich sozusagen erst an mit dem Spiel. Das wird echt interessant, ja? Ob wir... Oha! 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 Party Party! Guck mal, da unten können wir sogar sehen, wie viele Tote wir haben. Ja, wir wollen eigentlich nur Deutschland. Virus, um zu gewinnen, musst du dich weiterentwickeln und dich auf der Welt ausbreiten. Lösche die Menschheit mit einem Ultimativirus aus! Okay. Oh, Deutschland ist schwer zu identifizieren. Also, weil reiche Länder und Deutschland ist ja angeblich ein bisschen reich. Ja, aber dann müssen wir eigentlich anfangen... Hast du jetzt da schon angefangen? Oh, YouTube! YouTube befällt Deutschland! Sehr geil! So muss das sein. YouTube war der erste Menschen infizierte. Wer war der erste infizierte Mensch bei YouTube? Her Tutorial. Her Tutorial wurde infiziert. Oh mein Gott, jetzt wird's gut. Status schwach und an niedrige Temperaturen gewöhnt. Okay, wir müssen jetzt... Müssen wir jetzt weiter drücken? Ja, ich weiß nicht, was jetzt weiter... Wir müssen halt machen, dass das besser wird irgendwie so. Also, muss halt gucken, wo jetzt schon viele Leute sind. Symptome, Übertragung, Fähigkeiten, können wir da jetzt was aussuchen? Verteile DNS-Punkte. Luft. Wir haben ja gar keine Punkte. Wir haben einen einzigen Punkt irgendwie so. Da hast du doch bestimmt irgendwas... Naja, das kostet alles zu viel. Wir haben gar kein Geld dafür. Weißt du? Na gut, dann gehen wir wieder raus. Okay. YouTube ist ein Virus. Ein Virus unterliegt willkürlich schnellen Mutationen und kann sehr schwer zu kontrollieren sein. Eine Rückentwicklung kostet DNS-Punkte. Das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen die Welt ausrotten. Ich glaub, das Spiel will, dass man... Guck mal, da läuft es weiter. Guck mal, wir können vorspulen. Ja, geil. Ja, wir bekommen... Genau, jetzt bekommen wir neue Punkte. So, guck mal, jetzt sehen wir, wie... Guck mal, die Flugzeuge gehen jetzt hin und her. Oh, wir haben da schon zwei Leute, glaub ich, oder? Wer ist denn da noch? Vielleicht deine Schwester oder so? Vielleicht haben wir auch andere Länder. Tote gibt's noch nicht. In Deutschland. Infizierte haben wir erst einen Tipp. Berühr DNS-Blasen für DNS-Punkte. Ach, okay. Das heißt, wenn DNS-Blasen kommen, dann müssen wir... Oh, warte. Oh. Nee, mach schneller. Trotzdem, YOLO. YOLO, okay. Aber wir haben schon mehrere Infizierte da, oder? Es wird auf jeden Fall immer röter, ja. Ja, aber hier stehen wir... Sechs Infizierte doch. Ach doch, sechs. Guck mal, da ist dann ganz Deutschland. Aber sobald wir ganz Deutschland haben, passt, ja. Jetzt scrollen wir ein bisschen raus. Vielleicht sind wir auch schon woanders. YouTube hat... Hustensymptome. Oha, ja, das ist gut. Dann husten die alle. Dritte, Zwölfte, 2013. Zu Weihnachten gibt's ne Seuche. Vielleicht gibt's ja... Vielleicht können Herr Tutorial ja neue Anti-Husten-Sachen vorstellen. Verwenden wir erst Punkte für Entwicklung. Guck mal, wir haben jetzt schon da... Jetzt gehen wir auf Krankheit. Und jetzt können wir die weiterentwickeln. Übertragen. Die sollen sich ja verbreiten. Vielleicht über Wasser. Lassen wir mal eine Vogel... Ja, aber Wasser ist auch gut. Über Wasser, weißt du? Neun Punkte. Nehmen wir? Oh, jetzt wird's lustig jetzt. Ne, ist denn jetzt... Wenn alle, ne... Alles Wasser, komm. Alle, die sich waschen... Wie kriegen wir das jetzt in ein anderes... Die übereitet sich in Deutschland von Person zu Person aus und wird exponentiell zunehmen. Yeah! Jawoll! Genau das, was wir wollen. Guck mal, wie viel rote... Guck mal, da drüben in Belgien ist auch was. Ne, Holland sind wir jetzt. Holland, okay, aha. Hemdinfektion, Deutschland ist ein... Oh nein! Wir müssen jetzt... Egal, wir sind in Holland. Guck mal, Dänemark sind wir jetzt auch schon. Jawoll. Es geht weiter, es geht weiter. Es geht immer weiter voran. Wir müssen diese... 30 Infizierte. Können wir noch auf ein anderes Land einfach mal gucken? Wow! Was ist das? Medizinische Forschung? Ist echt egal. Ganz normaler Tag ist ja leider noch... Ne, ne, ne. Da kommt noch mehr. Ach, guck mal die ganzen Flugzeuge an. Schiffe... Wir müssen halt, dass das hier das Essen gegen... Ja, das hier. Arzneimittel ist richtig. Richtig. Ja, ja. Hau rein. Entwickeln. Da geht was. Alles klar. Boah. Guck mal, 72. Oha! 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 Ja, das ist die Abonnentenentwicklung von der Tutorial. YouTube hat das Ausschlagsymptom. Ah! Oh Gott! Ey, krass. Aber das passt alles. Wir hätten das einfach mal irgendwie her-tutorial-mäßig nennen müssen. Her-tutorial, aber das ist echt gemein. Ja, entschuldige. 24.1. Ein Tag nach meinem Geburtstag. Oha! Die Länder werden angegriffen. Oha! Ja, aber es ist immer noch... Oh, Hunde auch noch. Nicht Hunde, da steht Hunderte. Nein, Hunde. Nein, Hunderte. Guck mal, wir sind bei 320. Wie das losgeht? Ja, richtig. 404. Wir sind nicht mal bei 301. Schweres Erdbeben in Sibirien. Minimale Schäden. Naja, nichts. Ja, aber hier ist niemand, ne? Hier ist eigentlich niemand. Ja, aber ich find's witzig, dass wir nicht bei... Oha! Schau dir an! Krass. Können wir hier nicht irgendwie... Guck mal, Russland haben wir noch keine. Wir müssen irgendwie in Russland was einbringen. Es reicht schon, Deutschland. Deutschland ist von... Oh! Wir haben schon wieder nicht geschafft, das wird der Platz. Guck mal, wir sind schon bei 5.000. Aber lass mal gucken, ob hier irgendwo... Hat 1.000 in Deutschland infiziert. Ja, sehr gut. Das muss irgendwo anders dann nochmal hinbringen. Das fänd ich auch ganz, ganz toll. Aber irgendwie niemand... Können wir nicht den Ozean infizieren? YouTube-Bereich Frankreich. Bam! Oha! Ist ja Platz... Nein, ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe. Wir können die noch weiterentwickeln. Die müssen einfach... Die müssen noch besser übertragen werden. Luft ist immer gut. Viehbestand. Guck mal, wir können auch Wasser 2 machen. Insekten. Nagetieren. Die Urbanregion. Aber... Urbanregion. Urbanregion. Da sind dann so kleine Ratten und so in den Städten. Und... Ah! Scheiße! Soll man da überhaupt draufdrücken? Ja, ich glaube schon. Dann kriegst du extra Punkte. Miesen auch noch. Gesundheit. Guck mal, wir sind in England und in Schottland und... Da, da, da! Ich hab schon wieder nicht geschafft. Wir haben 100.000... Oha! Oha! Jetzt geht es richtig los. Die ganze Welt. Die ganze Welt. Äh, die ganze Deutschland zumindest. Alte Scheiße. Was haben wir denn noch? Das ist richtig cool. Ich möchte weiter. Ich brauche mehr. Deutschland ist doch gar nichts. Aber guck mal, wo wir weiter Flugzeuge schon fliegen. Muss man das überhaupt machen? Ja, ich glaube schon. Aber ich finde das schon ganz toll eigentlich. Wir haben ja schon... Okay, wir beschränken uns auf Europa. Komm, wir brauchen mehr. Guck mal, 10 Punkte. Können wir wieder was anderes machen? Wie schnell das geht. Guck mal, die ganze Welt. Guck mal, wie viel haben... Nordkorea rettete Weltraumstationen. Oha! Friedensrakete, bla. Die Explosion hinterlies. Große Mengen an Weltraumschrott. Guck mal, was haben wir denn... Wie weit sind wir denn? Ach, jetzt 24... Ja, Frankreich ist egal. Wir sind ansteckender als Tuberkulose. Bam! Also, ich weiß nicht. Wir haben jetzt hier schon... Bald ist ganz Deutschland ausgerottet. Guck mal, wir sind jetzt an der Ukraine. Wir haben... Wir haben... Allein in Deutschland haben wir einfach mal 20 Millionen Abonnenten. Also, ich weiß nicht. Wir sind... Das geht so schnell. Wir haben 40 Millionen. Wir haben 45. Wir müssen einfach noch die 80 Millionen schaffen. 80 Millionen kriegen wir doch. 80 Millionen, ja. Wir sind größer als PewDiePie. In Deutschland. Nur in Deutschland. Schau dir das einfach mal an. Wir haben gleich mehr Infizierte als... Guck mal, da, da, da. 77, 81. Wir sind ansteckender als AIV. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ja, 90 Millionen. Es gibt einfach mal mehr... Es gibt einfach mal mehr... Mehr Infizierte als Menschen in Deutschland. Guck mal, wir haben 100 Millionen in Deutschland. In einer App Play Folge haben wir ganz Deutschland vernichtet. Einfach mal. Ich würde sagen, das war erfolgreich. Auf jeden Fall. Wenn ihr Spaß habt, dann drückt den Daumen nach oben. Und schaut mal vorbei bei Benni. Da ist ein neuer Kanal. Couch Helden heißt der. Genau, genau. Das wird auf jeden Fall geil. Also schaut vorbei. Link ist unten in der Beschreibung. Das war's von der heutigen Folge App Play. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Auf Wiedersehen. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Auf Wiedersehen. ad wardrobe Typ pile pile IKEA ARD Text im Auftrag von Funk